hallo und herzlich willkommen zur neuen folge alles 19 auf der hot online farm so die sollte ich erstmal schicken zurück halt zu losnigemens das frau ich wo sich fällt ja warum nicht denn hier zack warte ich fahr mal manuell dann komm ich jetzt mal kurz gucken du warst 64 oh der blottschön sooo jetzt brauchen wir nicht da fettab was hat man gesagt 64 54 64 haben wir und schicken wir los ich guck ob es raus ist ok so ist draußen ich guck mich ich guck mich Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir es. Aber schmaltet los, gesteckt sind die Fehler. Und hinter unserem LKW hinterher schnipsen. Jetzt müssen wir ganz kurz hier rein. Das hast du jetzt nicht festgefallen. Ich gucke ein bisschen an der Tanke. Der hängt an der Tanke, warum er unbedingt so schrabbeln muss. So. 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 jetzt haben wir mal Gummie. so. 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 so fast erreichen. So. So fast erreichen. So. 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 muss bloß nur schnell mal kurz hier hin jup er hat sich da festgefahren zack wir haben das hingekriegt oh wer auch das hingekriegt hier muss ich noch kurz was gucken da ist noch ein baum drin irgendwie ich muss noch ganz kurz was machen was ich eigentlich ungern mache so halt ich habe schon nirgends was zugreifen jetzt auch superkraft aktiviert superkraft anbietet ach ich werde mal helfen wenigstens tun jetzt hier noch ach hängt es am schild jetzt haben wir nicht so etwas raus boah das ist am schild festgekeilt das ist am schild festgekeilt das ist am schild festgekeilt das ist am schild der wird auch nicht umfassen so das müsste auch soweit sein dass wir jetzt rumziehen können hinten ja so jetzt müssen wir das hier einsteigen das ist 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 So. So, on va marcher le plus de matière. Es war gerade eine schwierige Geburt, aber wir haben sie gemeistert. Wir haben es gemeistert. Und los gehts. So, jetzt das Feldding. Dann können wir in der nächsten Folge eventuell mit Foxcars Fieber die Missionen anfangen. So. 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 ich sehe grad nix aber macht nix das macht überhaupt nix noch vor uns wieder gut man muss ja immer wieder mal gucken immer wieder einen Blick drauf werfen so 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 Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's So, jetzt So, jetzt Da ist unten noch ein bisschen Stand Das haben wir nicht ganz mitgenommen So, hier kommt noch ein bisschen mein Schritt So, und dann noch Donut Mal die nie mal kurz ausgeblendet, fast das war nicht wahr Wenn letzte baum auf der seile hier und dann sind wir ja schon die rundherum, wir haben ja auch nicht viel geschafft auch solange die nach vorne wäre ich im offenen bisschen weitermachen dass wir das dann ordentlich auf die kappe kriegen hier Frosch im hals leicht belastend sowas und leicht so die Vorgewende abgeschlossen Und schau jetzt hier Na komm Traurig Du fährst jetzt mal Du trinkst das Kratzte mal zu sehr Jetzt Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, das ist schon schön. So, ich habe es geschafft. das kurze Minimap hier ist 4,5,4,60 aber das mache ich jetzt im off denn wir sind am Ende die verdiente Folge wenn es euch gefällt lasst es gleich die Däumchen da und ich bin raus, tschau tschau sagt euer Jaso